Ich bin Vollblut Consolero und mein PC ist eine leistungsschwache Antiquität. Töte mich! Dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, jede Woche das neue kostenlose Videospiel im Epic Games Store zu meiner inzwischen über 200 Titel umfassenden Bibliothek hinzuzufügen, die mich noch keinen einzigen Cent gekostet hat. Und wenn selbst ich einige Games davon zocken kann, dann kannst du das sicherlich auch. Aber lohnt es sich überhaupt? Dark in der Complete Edition ist ein Gravitationspuzzler. Lloyd, augenscheinlich der Neffe von Jack Skellington, legt sich in seiner Crackhöhle von Wohnung schlafen und landet in einer bizarren Traumwelt. Hier treiben sich nicht nur einige unheimliche Wesen in den Schatten herum, hier hat Lloyd auch die Macht über die Schwerkraft. Egal wo seine Beine hintreten, da ist ab sofort unten. Das ermöglicht eine Vielzahl von cleveren und spaßigen Rätseln, die alleine das Game schon spielenswert machen. Aber der wahre Star von Dark ist seine Atmosphäre. Warum soll man sich schließlich mit dem Puzzle-Genre zufrieden geben, wenn man es gleich noch mit Horror mischen kann? Dadurch kann man auch alle seine Albtraumfreunde einbauen. Wie den Elefantenmann auf Diät, Tuba Thorsten oder Großmutter handgreiflich. Sofortige Inside und Little Nightmare Vibes. Teil der Complete Edition sind auch die beiden DLCs, die geniale neue Gameplay-Elemente einführen und nicht minder funktionierende Jumpscares mitbringen. Ja! Natürlich gibt es auch Kandidaten, die ich zwar spielen konnte, bei denen ich mir aber wünschte, ich hätte es nicht getan. Obwohl ich die Untoten ja wirklich liebe, war Stubbs, The Zombie in Rebel Without a Pulse, furchtbar. Wohl selbst als es 2005 das erste Mal erschienen ist. Neben der Xbox-Version erschien das Spiel auch für den PC, wurde aber aufgrund technischer Mängel von Steam verbannt. Mängel, die scheinbar bis 2021 beim Re-Release anhielten. Stubbs ist ein Reverse-Horror-Game. Sprich, es geht nicht darum, erschreckt zu werden, sondern Schrecken zu verbreiten. In diesem Fall durch den furchterregenden Stubbs, der die Stadt Punchbowl durchstreift und die Hirne seiner Bewohner frisst. Wodurch diese zu verbündeten Zombies werden. Klingt nach einem spaßigen Konzept, hat für mich aber nicht funktioniert. Das Gameplay war furchtbar, der Look ist natürlich sehr veraltet und die ganze Handlung durchgängig ins Lächerliche zu ziehen, ohne wirklich Lacher zu verursachen, war auch nicht gerade überzeugend. Überzeugt euch aber gerne selbst. Denn an sich hat das Spiel wohl sogar überwiegend positive Reviews eingefahren. Von mir jedenfalls gibt's einen. Nein. Ganz anders sieht's da bei XCOM 2 aus. Ich liebe ja rundenbasierte Strategie wie in Fire Emblem oder Project X Zone. Aber das Nonplusultra im Genre muss wohl einfach XCOM sein. Wobei man das sehen kann, wie man möchte. Zwar ist XCOM 2 mein am längsten gespieltes Epic Store Game. Im Gegensatz zu den vorher genannten Genre-Kollegen habe ich es aber nie beendet. Weil's bockenschwer ist. Wir spielen den Kommandanten einer militärischen Widerstandsgruppe, die sich gegen die Aliens zur Wehr setzt, welche die Erde erobert haben. Man stellt seine Truppen zusammen, steuert sie auf den kontinuierlich aufdeckenden Karten individuell und verbessert ihre Fähigkeiten durch das Besiegen von Gegnern. Oder man verliert sie im Kampf für immer, was bei Lieblingsfiguren echt ans Leder gehen kann. Und das Kampf-Gameplay ist wirklich unerreicht. Von den Möglichkeiten, die sich hier auftun, kann sich ein Fire Emblem noch gehörige Scheiben abschneiden, die ein wahrhaft militärisches Taktikdenken und gehörige Vorausplanung sowie spontane Reaktionen erfordern. Allerdings, wie schon gesagt, ist der Schwierigkeitsgrad nicht von schlechten Eltern. Weshalb es umso dankenswerter ist, dass man jederzeit speichern und laden kann. Unnötig und störend fand ich allerdings das Management des Hauptquartiers, das man ausbauen und verbessern kann und wo man zum Beispiel an Waffen und Rüstungen forschen lässt. Killer war für mich aber der Zeitdruck auf der Weltkarte im späteren Spielverlauf, der einen in einer vorgegebenen Zeit zu bestimmten Missionen drängt, um das Game Over zu vermeiden. Ich lass mich nicht rumkommandieren. Bin schließlich kein XCOM-Charakter. Trotzdem saugeiles Spiel. Ja! Als Fan von Storygames und Cartoon-Grafik bin ich sofort angesprungen auf The Lion Song. Wäre ich mal dran vorbeigesprungen. Oder drauf. Immer und immer wieder. Das muss das langweiligste Spiel sein, das ich seit Jahren angezockt habe. Entwickelt von Österreichern und 2016 vom Deutschen Entwicklerpreis als bestes Indie-Spiel ausgezeichnet. Muss dasselbe Prinzip sein wie bei den Oscars. Die Gewinnerfilme sind auch meistens irgendwelche hochkünstlerischen Narkosemittel. Jedenfalls wird in vier Episoden die Geschichte eines Malers, einer Komponistin, eines Autors und einer Mathematikerin erzählt. Mathe! Yay! Also spätestens hier wusste ich, dass der Spaß vorbei war. Das Ding ist ein recht minimalistisches Point-and-Click-Adventure mit einem großen Fokus auf Dialoge und deren Antwortoptionen und das Darstellen der Denkprozesse der für mich persönlich furchtbar öden Charaktere. Muss man mögen. Schätze ich. Oder halt auch nicht. Eher nicht. Nein. Vorhin in einem Beisatz erwähnt und über Epic endlich nachgeholt ist Inside, der geistige Nachfolger vom legendären Limbo. Wie auch der haben wir hier ein schauriges, wortloses Puzzle-Abenteuer mit abstrakten Elementen und jeder Menge Interpretationsspielraum. Gerade auch beim Ende. Inside schafft es, wie auch sein Vorgänger, auf diverse Listen der besten Videospiele aller Zeiten. Und auch wenn ich nicht ganz so weit gehen würde, liebe ich das Spiel doch extremst. Es hat auch ganz ohne verbale Erzählungen eine schaurige Geschichte und großartiges Rätsel-Gameplay von der packenden Atmosphäre ganz zu schweigen. Gerade später, wenn man die Kontrolle über scheinbar willenlose Körper ergreifen kann, werden die Puzzles richtig unterhaltsam. Unterhaltsam, wohlgemerkt. Nicht schwierig. Gehört genau wie Portal auf jede Gamer-Must-Playliste. Vor allem umsonst. Jaaa! Wenn du noch weitere Möglichkeiten suchst, kostenlos zu zocken, habe ich hier ein paar Ideen für dich zusammengefasst. Meine Lord, das bin ich. See ya!